Willkommen liebe Leute, wir spielen immer noch Tiny Toon und gucken uns, oh Gott, L5, oh Gott, mal ein bisschen, was ist das, was ist das, was war das, boah sind das Sprenge, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 was auch immer das war, eine Hemdentür und wir haben 96 Karten, das entspricht drei Leben, wenn er immer noch den gleichen Wechselkurs hat, für, 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 30 Karten, sehr schön, ja, how many carrots do you have, my friend, oh, geil. Try to get more, nee, brauchen wir nicht. Wir haben fünf Le- Geheben. Was ist das für ein komisches Level? Ein sehr komisches, ach nee, ist noch nicht zu Ende, da war kein Exit. Oh, wir sind da, wie, was machst du? Mit dem Football, viele Footballs. Footballs, 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 Egal, schon wieder ein Dodo. Muss man die einsammeln? Ich hab keine Ahnung. Das war so klar, eigentlich. Ja, dann muss ich jetzt zugeben, das war richtig dämlich. Wir fangen nicht echt, äh. Das ist natürlich das Töne, natürlich das Töne an, an Dufi-Duck. Natürlich das Schöne an Daffi-Duck. Wir können, wir haben eh nicht genug Karotten, also gehen wir nicht rein. Macht eh keinen Sinn. Das Schöne an Daffi-Duck. Wir können über fast alle Sprungpassagen einfach ganz gemütlich hinweggleiten. Bums. 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 Schönes Spiel. Und wieder der Dodo. Was auch immer. Bums. Was auch immer das letzte Endes dann bedeuten wird am Ende des Spiels, oder? Sehr schön. Ja, vielleicht stelle ich mich gerade gar nicht mehr so 100% Anfängermäßig an. Ich renne auch nicht mehr einfach drauf los. Vielleicht war das mein Fehler am Anfang. Aber das Level ist ganz schön lang. Aha. Das Level ist echt ganz schön lang ein Kuli. Was sind das für... Komische Gegner? Hm. Ja, ich lasse die Gegner, wenn es geht, einfach aus, weil... Die wechseln mir die Richtung irgendwie ein bisschen zu oft. Hm. Wenn ich schon einmal neben ihm lande, muss er umdrehen. Oh, dass man dieses Level auch immer von vorne anfängt. Das ist doch überhaupt nicht lang, oder so. Gut, dafür ist es eigentlich... Gar nicht so untergangshaft schwer. Das ist nicht so schwer wie die komplette vierte Welt. Halt, da hab ich mich echt angestellt wie der erste Mensch. Nee, das hier ist eigentlich echt machbar. Wenn man sich ein bisschen konzentriert. Und seit neuestem kann ich das anscheinend. Was ich halt gerne hätte, wäre vielleicht mal ein Herz, oder so. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben, oder? Ach ja, da fällt mir ein, was ich noch erwähnen wollte... ...ist, dass ich heute mit Entsetzen festgestellt habe. Okay, Kugelschreiber können also springen. Was ich mit Entsetzen festgestellt habe, ist, dass dieses Spiel eine Fortsetzung hat. Und ja, es gibt wirklich Tiny Toon Adventures 2. Und nein, ich möchte es nicht spielen. Aber ja, ich werde es vermutlich spielen. Zwei auf einmal! Okay, und jetzt? Wieso endet das Level einfach hier, wenn man... Höh? Ein Schlüssel? Buckyland, aha. Häh? Äh? Das war also... ...die komplette fünfte Welt. Okay, ähm... Ja. Äh. Ja, dann, meine lieben Freunde, ja, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Euer Dasti.